Explosion bei Bodentest von Ship 36, Rückschlag für Starship vor dem 10. Testflug. Elon Musk nennt erste Theorie für Ursache. ISS-Lag verzögert weiter AX-4-Start, ältestes ISS-Modul wieder im Fokus. Die ESA schließt Abkommen mit Blue Origin-Raumstation Orbital Reef. Die Exploration Company enthüllt europäisches Raumschiff, kurz vor ersten Wiedereintritt. Die ESA gelingt im All die künstliche Verdunklung der Sonne. Landspace besteht Feuerprobe mit Edelstahl-Suke 3 in China. Honda landet erfolgreich Rakete in Japan. Und in Paris war die renommierteste Luftfahrtausstellung der Welt. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Wenn du diese und weitere Entwicklungen nicht verpassen möchtest, unbedingt abonnieren. Herzlich willkommen zu Seenkrechtstarter, dein Raumfahrtkanal auf Deutsch. Die SpaceX-Starship-Woche, die begann mit Tempo. Am Sonntag, 15. Juni, da wurde Ship 36 ausgerollt, Ziel Masseys Testgelände. Einen Tag später, Montag, da erfolgte gegen 13.49 Uhr Ortszeit der erste Triebwerkstest. Ein einzelnes Raptor-Triebwerk wurde da gezündet. Der vollständige Test aller sechs Triebwerke, der stand dann zu diesem Zeitpunkt noch aus. Dienstag dann neues Material. Ein Hot-Staging-Ring für Booster 16 wurde gesichtet. Ein weiteres Indiz, dass auch der Booster bereits auf den Start vorbereitet wird. Am Mittwoch schließlich die vermeintlich gute Nachricht. Laut FAA peilt SpaceX den zehnten vollintegrierten Starship-Testruck am Sonntag, den 29. Juni, an. Das erste konkrete Zeitfenster für diesen Start. Doch es sollte anders kommen. Oder wie Adrian von NSF schrieb, die Nachricht ist gealtert wie Milch. Nur wenige Stunden später dann der Schock. Am späten Abend des 18. Juni explodierte Ship 36 auf dem Testgelände der Masseys Testanlage. Laut SpaceX kam es gegen 23 Uhr Ortszeit zu einer großen Anomalie. Das Ship 36 wurde komplett zerstört. Laut SpaceX kam bei der enormen Explosion niemand zu Schaden. Kann einem schon mulmig werden, wenn man bedenkt, dass die Starship-Oberschufe ja nur minimal mit Methan befüllt war. Ganz zu schweigen von einem Full-Stack mit Super-Heavy-Booster. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht vollständig geklärt. Elon Musk lieferte erste Hinweise. Vorläufige Daten deuten auf das Sagen eines Stickstoffdruckbehälters im Nutzlastbereich hin. Ein COPV, sprich Composite Overwrap Pressure Wessel, soll unterhalb des eigentlich geprüften Drucks versagt haben. Sollte sich das bestätigen, wäre es laut Musk das erste Mal überhaupt, dass dieses Bauteil auf diese Weise versagt hat. SpaceX fügte hinzu, dass in der Falcon 9 andere COPVs eingesetzt werden. Im September 2016, da explodierte ja eine Falcon 9 auf der Startrampe während der Vorbereitung eines Hotfire-Tests. Die Unfalluntersuchung damals ergab, dass die Explosion wahrscheinlich durch die Entzündung der aus Kohlenstoffphase verstärkten Kunststoff bestehenden Umhüllung eines COPVs im Kontakt mit tiefkühlem Sauerstoff verursacht wurde. Zurück zu Starship. Damit wird der nächste Starship-Flug Nummer 10 wohl nichts vor August. Zuerst muss das Messies-Testareal wieder hergestellt werden, was SpaceX vermutlich in ein paar Wochen gelingt. Dann muss aber auch die Flughardware fertiggestellt werden und einer Feuerkampagne unterzogen werden. Der nächste Kandidat, Ship 37, der hatte bei seinem letzten öffentlichen Auftritt am 4. Juni weder Steuerklappen noch Triebwerke und sein Hitzschild war alles andere als vollständig. Die Tanks von Ship 37, die wurden am 30. Mai zwei Cryo-Tests unterzogen. Nach drei vorzeitigen und spektakulär geendeten Flugtests kommt das Starship-Programm dieses Jahr irgendwie nicht aus den negativen Schlagzeilen. Wir können nur ahnen, wie es den Teams geht, wie man deprimierte Teams wieder aufbaut und man Rückschläge wegsteckt. Darüber habe ich diese Woche noch vor dieser Explosion mit Hans Königsmann gesprochen. Mein Interview mit dem Ex-SpaceX-Manager und Vater von Falcon & Dragon verlinke ich euch unter dem Video. Wenn ich das hier aufnehme, gibt es noch kein gesichertes neue Startdatum für Axiom 4. Die nächste private ISS-Mission, AX4 mit SpaceX Dragon, war ja ursprünglich für den 11. Juni geplant, wurde jedoch zunächst wegen eines Flüssigsauerstoff-Lacks an der Falcon 9-Rakete verschoben. Der Fehler ist inzwischen behoben und laut NASA hat SpaceX das mit einem Betankungstest auch demonstriert. Dann verzögerte sich aber der Start wegen eines erneuten Lacks des VESTA-Moduls der ISS. Genauer an einem Dockingknoten, der mit einer Luke von der Station isoliert werden kann. Nach Abdichtungsarbeiten am sogenannten PRK-Transfermodul blieb der Druck dort stabil. Die seit Jahren bekannten Lacks in diesem Abschnitt der Station sorgen regelmäßig für Diskussionen über den Zustand des russischen ISS-Bereichs. Das VESTA-Modul, das wurde in den 80er Jahren für einen Nachfolger der Nierstation gebaut, dann nach Zusammenbruch der Sowjetunion dem ISS-Programm zugeordnet. Es ist seit 25 Jahren im Orbit und damit das älteste Modul der Station. Auch Europa bereitet sich auf die Zeit nach der ISS vor. Die ESA hat auf der Paris Airshow mit Blue Origin und Thales Alania Space ein Abkommen unterzeichnet, um die Nutzung der geplanten kommerziellen Raumstation Orbital Reef zu prüfen. Ziel ist es, künftige europäische Fracht und eventuell auch Astronauten zur privaten Station zu schicken. Auch europäische Technik soll eingebracht werden, vom Modul bis zur Versorgungskapsel. Mit diesem Vorstoß will sich die ESA strategisch auf eine Ära vorbereiten, in der die Crewraumfahrt in niedriger Erdumlaufbahn zunehmend privatwirtschaftlich organisiert ist. Blue Origin sieht im Orbital Reef ein Business Park im All. Nun mischt auch Europa mit. Vielleicht in dem Zuge auch ganz spannend. Blue Origin hat erstmals ein Büro in Europa eröffnet, und zwar in Luxemburg. Das US-Raumfahrtunternehmen will von dort aus seine europäischen Lieferketten koordinieren und den Ausbau kommerzieller Weltraumdienste vorantreiben. Im Fokus stehen lunare Transporte, Raumfahrtmobilität und die Nutzung außerirdischer Ressourcen. CEO David Limps sieht den Schritt als Grundlage für tiefere Partnerschaften mit europäischen Zulieferern. Unter anderem zum Thema Lieferketten in der Raumfahrt und deren Absicherung habe ich mit dem Generaldirektor der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Dr. Walter Pelzer, gesprochen. Mein Interview mit ihm auf der Paris Airshow, das verlinke ich euch unter dem Video. Gerade erst wieder ein Anruf aus Übersee. Im Moment denkt man, vielleicht wichtig, der Raketen-CEO. Spoiler war es natürlich nicht. Stattdessen wieder so ein mieser Betrugsversuch. Und das ist kein Zufall. Unsere Daten sind längst in den Händen von Datenbrokern gelandet, die sich für gutes Geld an dubiose Firmen weiterverkaufen. Name, Adresse, Interessen, Standort, alles wird gesammelt, kombiniert, verkauft. Kein Wunder also, dass Spam-Anrufe, Scam-SMS und Werbemails immer dreister und personalisierter werden. Die Frage ist, was tun? Jedes Unternehmen einzeln anschreiben? Unmöglich. Deshalb nutze ich Incogni. Der Dienst, der tritt in meinem Namen mit Datenbrokern in Kontakt, fordert die Löschung meiner personenbezogenen Daten und kümmert sich auch darum, dass sie nicht erneut auftauchen. Automatisch, regelmäßig und ohne, dass ich mich selbst drum kümmern muss. Mit meinem Code senkrechtstarter bekommst du 60% Rabatt auf den Incogni-Jahresplan. Besonders wichtig finde ich, Incogni bleibt dran. Es reicht eben nicht, einmal eine Löschung zu fordern. Viele Broker, die speichern ja die Daten erneut. Incogni entdeckt das und greift sofort wieder ein. Ich persönlich fühle mich seitdem wesentlich entspannter. Kein nerviges Nachforschen mehr, keine Datenschutzanträge. Ich weiß, Incogni kümmert sich drum. Hol dir mit dem Code senkrechtstarter 60% Rabatt und stoppt den Datenverkauf an seiner Quelle. War viel los die Woche. Schauen wir daher nur kurz auf die Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 17. Juni, da startete SpaceX von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine Verkennung mit Starlings. Am Mittwoch, 18. Juni, da startete eine weitere Starlink-Mission, diesmal von Cape Canaveral. Und Russland brachte am Donnerstag, 19. Juni, eine Angara A4 vom Kosmodrom Plesetsk in den Orbit. Die militärische Nutzlast, die bleibt geheim. Am Freitag, 20. Juni, hob in China eine lange Marsch 3BE mit unbekannter Nutzlast von Xi Cheng ab. Traditionell sind viele dieser Missionen geheimdienstlich oder militärisch geprägt. Mit SpaceX Transporter 14 soll die 1,6 Tonnen schwere Mission Possible an diesem Wochenende ins All fliegen und im besten Fall auch heil zur Erde zurückkehren. An Bord 300 Kilo Nutzlast, darunter Pharma und Haarproben für Kosmetikexperimenti sowie Alkohol. Ziel, Wiedereintritt, Pazifikwasserung und vollständiger Systemtest für das Rückkehrsystem Nix. Ja, von der Raumfahrt Kapsel Nix, da wurde auf der Paris Airshow auch ein 1 zu 2 Modell feierlich enthüllt. Ich war dabei und konnte mit Victor Meyer über Nix und die Pläne der Exploration Company sprechen. Schon 2028 soll die Exploration Company mit Nix im Auftrag der ESA Fracht zur ISS liefern. Ob die Frachtkapsel dann zur Crewkapsel weiterentwickelt wird, genau darüber spreche ich mit Victor. Mein Interview mit Victor, das verlinke ich euch unter dem Video. Aber noch eine weitere Wiedereintrittsmission ist auf Transporter 14 mit dabei. Das US-Startup Vada Space, das steht vor dem Start seiner vierten Mission und diesmal mit einem Novum. Die jetzt zu startende geplante W4-Mission, die nutzt erstmals ein komplett selbstentwickeltes Raumfahrzeug. Vada will pharmazeutische Wirkstoffe in der Mikrogravitation herstellen und per Wiedereintrittskapsel zurück zur Erde bringen. Vada war ja als erster kommerzieller Firma die Landung einer Raumfahrtkapsel auf amerikanischem Boden gelungen. Eine neue 5-Jahres-Lizenz der US-Lufthauptbehörde FAA, die erlaubt nun unbegrenzte Landung in Australien. Damit schafft Vada die regulatorische Grundlage für seine ambitionierten Pläne. Rückführung aus dem All und zwar im Monatsrhythmus. Das chinesische Raketen-Startup Landspace ist ein entscheidender Schritt vorangekommen. Ein startetischer Feuertest der ersten Stufe ihrer neuen Methan-Sauerstoff-Rakete Suki 3 verlief am Freitag erfolgreich. Alle neuen Triebwerke zünden in Serie und liefern 45 Sekunden lang stabil Schub. Inklusive Schubwöktorsteuerung. Mit 764 Tonnen Schub soll die knapp 66 Meter lange Elishtar-Rakete bis zu 21 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit bringen können. Also in einer Klasse mit Ariane 6 oder Falcon 9. Wie letztere soll die Suki 3 auch propulsiv landen können. Die Suki 3 soll auch günstig Frachtflüge zur chinesischen Raumstation Tiangong ermöglichen. Ein Erstflug der Suki 3 mit einem Prototyp-Frachter ist jetzt für Ende 2025 geplant. Die erste Rückführung einer ersten Stufe plant man für 2026. Landspace gilt als Vorreiter der privaten Raumfahrt in China. Mit der Suki 2 war Landspace im Juli 2023 der erste erfolgreiche Orbitalraketenstart mit der Treibstoffkombination Methan-Sauerstoff gelungen. Und das weit vor SpaceX und Blue Origin. Die Suki 2 ist seitdem viermal ohne Zwischenfälle geflogen. Apropos propulsives Landen. Der Honda-Konzern hat am 17. Juni erstmals erfolgreich eine eigene wiederverwendbare Rakete gestartet und präzise gelandet. Das 6,3 Meter lange und 1,3 Tonnen schwere Experimentalmodell, das stieg auf 270 Meter auf, blieb knapp eine Minute in der Luft und landete lediglich 37 Zentimeter von dem geplanten Zielpunkt entfernt. Ziel war der Nachweis zentraler Reuse-Technologien wie Stabilität im Aufstieg, sicherer Abstieg und punktgenaue Landung. Noch ist keine Kommerzialisierung geplant, doch das Projekt unterstreicht das ehrgeizige Ziel Hondas, Technologie-DNA bis in den Weltraum zu übertragen. Auch das DLR arbeitet gemeinsam mit der französischen Kness und der japanischen Yaksa an einem Demonstrator für die propulsive Wiederverwendung. Ich konnte diese Woche auf der Paris Air Show mit Felix aus dem DLR-Calisto-Projektteam sprechen. Mein Interview mit ihm verlinke ich euch unter dem Video. Die Freibäder haben auf, passend zum Sommer. Mehr von unserem Fusionskraftwerk am Himmel. Mit der Mission Proba 3 ist der ESA ein Weltrekord gelungen. Zwei Satelliten, die flogen erstmals millimetergenau Informationsflug, um eine künstliche totale Sonnenfinsternis im All zu erzeugen. Ganz ohne Bodenkontrolle, voll autonom. Der 1,4 Meter große Sonnenschild des Okolta-Satelliten, der verdeckte exakt die Sonne, sodass der zweite Satellit, der Corona-Graf, spektakuläre Aufnahmen der Sonnen-Corona liefern konnte. Die Bilder sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern offenbaren auch die feinen Strukturen und Prozesse im äußeren Sonnenplasma, entscheidend für das Verständnis von Sonnenwinden und koronalen Massenauswürfen. Die künstliche Sonnenfinsternis, die lässt sich nur alle 19,6 Stunden wiederholen und bis zu 6 Stunden halten. Denn noch ein Vielfaches der Dauer einer natürlichen Finsternis. Apropos ESA-Spitzenforschung. Auf der Paris Airshow wurde der Industrieauftrag für die ESA-Mission LISA offiziell vergeben. Die OHB System AG übernimmt den Bau der drei Raumsonden, die ab 2035 Gravitationswellen aus dem All messen sollen. Die drei Sonden werden mit Laserstrahlen über 2,5 Millionen Kilometer vernetzt und bilden so das räumlich größte wissenschaftliche Gerät der Menschheit. LISA ist die erste Raumfahrtmission zur direkten Messung von Raumzeitwellen und soll schwarze Löcher, die Geburt des Universums und die Grenzen der Physik erforschen. Nicht über LISA, dafür über die Rettung der SARA-Satelliten für die Bundeswehr und die Klage über das Vergabeverfahren der Galileo-Satelliten vor dem Europäischen Gerichtshof habe ich mit Sabine von der Recken aus dem OHB-Vorstand gesprochen. Mein Interview mit ihr auf der Paris Airshow, das findet ihr unter dem Video. Die NASA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt vertiefen ihre Zusammenarbeit beim Artemis-Programm im Rahmen der Pariser Luftfahrtmesse und verzeichnete die Interim-NASA-Administratorin Janet Petro ein neues Abkommen mit dem DLR, das den Einsatz deutscher M42 EXT-Strahlungsdetektoren bei Artemis II vorsieht. Die erste Orion-Mission mit Crew ist für April 2026 geplant und soll auf einer zehntigen Reise um dem Mond wichtige Daten zur Strahlenbelastung liefern. Die vier neuen Sensoren, die bauen auf dem Mare-Projekt von Artemis I auf. Auf Artemis I waren 2022 zwei Phantome mit 12.000 passiven Detektionskristallen und 16 aktiven Sensoren mitgeflogen. Novum für Missionen jenseits des Erdorbits. Ziel dabei mit präzisen Messdaten neue Schutzmaßnahmen für Langzeitmissionen entwickeln, etwa für Reisen zum Mars. Das Abkommen jetzt, das betont die Führungsrolle Deutschlands in der Weltraummedizin und widmet sich einem der Hauptprobleme für die menschliche Präsenz im Deep Space. Apropos NASA-Interims-Administratorin, nach dem plötzlichen Rückzug der Nominierung von Jared Isaacman als NASA-Administrator verlangen Abgeordnete und Senatoren beider Parteien vom Weißen Haus zügig eine neue Personalentscheidung an der NASA-Spitze. Hintergrund der Rücknahme von Isaacmans Nominierung ist offenbar ein Bruch zwischen Präsident Trump und Elon Musk, der sich für Isaacman ja stark gemacht hatte. Gleichzeitig gibt es Widerstand im Kongress gegen die geplanten NASA-Kürzungen. Und Senator Ted Cruz, der fordert sogar eine Aufstockung um 10 Milliarden Dollar, insbesondere für die Crew-Mond-Missionen im Artemis-Programm. Für die USA geht es auch um eine Frage, ob der Mond an China sozusagen verloren geht. Und wie läuft es für China auf dem Weg zum Mond? China hat ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur geplanten Crew-Mondlandung bis 2030 erreicht. Am 17. Juni absolvierte das neue Mengzhou-Raumschiff erfolgreich einen Pad-Abort-Test auf dem Gelände des Jingguan-Satelliten-Startcenters. Dabei zündeten die Feststofftriebwerke des Rettungssystems und das Raumfahrzeug wurde binnen Sekunden von der Startrampe weggeschossen. Die Rückkehrkapsel, die trennte sich planmäßig und landete sicher mit Fallschirmen und Luftkissen. Mit diesem Test beweist China, dass es Systeme zur sicheren Evakuierung von Astronauten im Notfall direkt beim Start beherrscht. Mittlerweile ja eine Voraussetzung für die Zertifizierung für Raumschiffe mit Crew. Anders als beim bisherigen Shenzhou-Raumschiff, das sehr viele Ähnlichkeiten mit der russischen Soyuz hat, übernimmt beim Mengzhou-Raumschiff die Kapsel selbst die vollständige Kontrolle über die Notfallrettung. Das jetzt getestete Modell gehört zu einer neuen chinesischen Raumfahrt-Generation mit modularer Bauweise. Neben Varianten für die niedrige Erdumlaufbahn mit bis zu sieben Astronauten soll es für Mondflüge mit drei Personen genutzt werden. Apropos China, in rund 36.000 Kilometern Höhe trafen sich am 14. Juni zwei chinesische Satelliten zu einem bemerkenswerten Rendezvous. Shizhan-21 und Shizhan-25 bewegten sich im geostationären Orbit so nah zueinander, dass sie vom Boden aus kaum mehr voneinander zu unterscheiden waren. Das US-Unternehmen S2A Systems dokumentierte enge Annäherungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, möglicherweise inklusive Docking-Tests. Während Shizhan-21 bereits 2021 durch das Abschleppen eines defekten Satelliten in einen Friedhofsorbit für Aufsehen sorgte, wurde Shizhan-25 im Januar 2025 gezielt für Orbit-Service wie Betankungen entwickelt. Der Test könnte ein großer Schritt auf Chinas Weg zur Lebenszeitverlängerung von Satelliten sein, birgt aber auch militärisches Potenzial. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche anschauen, geht an dieser Stelle wieder ein riesen Dankeschön an die Senkrechtstarter-Schutzengel. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Wenn auch du aktiv dazu beitragen willst, Raumfahrtbegeisterung im deutschen Sprachraum weiter zu verbreiten, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du ja dann alle Videos farb- und komplett werbefrei. Die Starts der kommenden Woche. Am Montag, 23. Juni, startet die ULA voraussichtlich eine Atlas 5 551 vom SLC 41 in Cape Canaveral. An Bord befinden sich weitere 27 Satelliten der Amazon Kölper-Konstellation. Der Start wurde bereits mehrfach verschoben. Am Mittwoch, 25. Juni, da möchte SpaceX vom SLC 40 in Cape Canaveral weitere Starlink-Satelliten starten. Hol dir mit dem Code senkrechtstarter 60% Rabatt und stoppe mit Incogni den Verkauf deiner Daten an seiner Quelle. Findest du unter dem Video. Hat dir das Raumfahrt-News-Update gefallen, dann gerne ein Like da lassen. Es gibt ganz viele Videos von der Paris Airshow unter dem Video verlinkt. Wenn du noch kein Abo hast, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und immer dran denken, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.